Rosa, Yoshi, lauf! Rosa, Yoshi, lauf! Ach, ist das nicht schön. Ich mag das Spiel. Es ist so entspannend, das zu spielen. Man kann so viel dabei reden und hüpft einfach dabei nur doof rum. Und wir sind wieder auf unserem Matthias, dem rosaren Schwulen, Yoshi. Ich weiß gar nicht, aber ich finde irgendwie, das ist so eine rosa Farbe. Der Baseball Boys. Ich war, äh, dachte ich mir schon. Dachte ich mir doch halt irgendwie. Bitte. Danke. Du auch. Irgendwie diese Dinger da. Wisst ihr, was ich meine? Super Mario Hacks, diese kleinen Renndinger. Ich vergesse deren Namen, Mama. Ich kann nicht, was es sein soll, aber Bong, bong. Ähm, mhm. Auch dessen bin ich mir gerade keinen Sinn bewusst, aber hey. Kannst du bitte mal... Hallo? Hier. Wärst du jetzt mal so freundlich, mir die Wand zu durchbrechen? Ach nee, doch nicht. Gut, dann geht das ja schon alleine. Was sind das denn hier für neue Gegner? Oh mein Gott. Also durchraschen das nicht mehr. Aua. Sie visieren dich an und treffen dich auch noch, auch wenn du mit herrannst. Das ist unglaublich. Ich will hier weg. Ab in die Röhre. Yoshi. Ab. Dann halt nicht. Ach, deswegen nicht. Ist eigentlich gar keine nette Röhre. Ist eigentlich eine Röhre, wo Futter rauskommt. Ob wo Futter ja eigentlich auch was Nettes ist. Ach, keine Ahnung, aber ich fühle mich schon wieder so angespuckt. Oh Gott. Bist du denn blöd? Ja, genau das passiert dann nämlich. Wenn ich mich angespuckt fühle, ja? Das ist einfach, das verletzt meine Gefühle zutiefst. Was denn Stress? Silber, das gibt doch Pickel. Also ich hoffe, das weiß Yoshi. Beziehungsweise Mario. Beziehungsweise eigentlich ja, äh, Yoshi. Wieso soll ich denn da bitte rüberkommen? Ach, ich frag einfach mal das schlaue Kästchen. Ja, nur was Kleines. Ist klar, sehe ich auch so, aber was denn? Nein. Was denn Kleines? Ja, supi. Hab ich jetzt dafür da rumgerannt und hab das hier komplett verkackt? Ach, darf das die ganze Scheiße hier nochmal machen? Nur, ich verstehe es nicht. Kann mir jemand bitte... Ich hab doch keine Ahnung. Nur etwas Kleines. Ja, aber... Das heißt doch... Hier muss irgendwas Kleines sein. Ich hätte es früher lesen sollen. Ich bin ein bisschen doof. Krabam, Krabum. Krabams. Krabusch. Keine Zeit ablaufen. Nein. Ja, super. Dann kann ich das direkt nochmal machen. Ich kann mal nicht an Wände gehen. Ich hasse das. Ich bin da irgendwie zu blöd für. Also Wände gehen ist bei mir ganz kompliziert. Na, na, läuft doch weiter. Cool. Nicht. Ja, genau. Genau so ist richtig. So, nicht anders. Oh, hallo. Das darf doch jetzt nicht... Das ist echt mies. Das ist einfach nur mies. Ich mein... Die Böse. Ach ja. Ist schon klar. Ich hab natürlich auch kein Ei. Drück runter. Los, komm runter, Kumpel. Danke. So. Durchgerannt. Durchgerannt. Ja, vielleicht auch nicht. Wollt ihr dieses Dummelfin mir das gerade klauen? Das klau ich ja jetzt kaum noch. Au. Mann. Ja, genau. Yoshi beim Einlegen passiert. Beim Ei legen. Nicht beim Einlegen. Also ich würde ja keinen Yoshi einlegen oder essen oder so. Obwohl ich gerade sauhunger habe. Ich würde glaube ich nur auf meinen Schokopudding warten. Und... Ja, genau. Mich noch ein paar Mal treffen lassen. Was ich übrigens zum Kotzen finde. Genauso wie ich meine Steuerung gerade zum Kotzen finde, weil ich den nicht hinbekomme. Hallo. Dummes, kleines, unerfahrenes Yoshi. Haa. Ich sag's ja. Ich finde die irgendwie gerade zum Kotzen. Das ist auch mein Daumen. Wo das unwahrscheinlicher ist. Hallo. Der springt wie blöd. Benimmt sich auch so. Ey, ist echt nicht wahr. Das ist echt ein komisches Gamepad. Ja, genau. Ach ja, natürlich. Ist ja nix dabei. Vielleicht wird nochmal getroffen werden. Oder nochmal, oder nochmal. Guck mal. Merkt ihr was? Ich kann die Wand irgendwie nicht hochgehen. Ich kann's schon, aber ich war einfach zu blöd dafür. Runter mit dir und... ganz schnell durch hier. Wie schön... geschafft. Jo. Geschafft und gestorben. Ähm, naja gut. Ist jetzt nicht so schlimm. Wir haben noch unseren Mittelring. Es ist zwar sehr... Raus da. Wenn man so sieht, ist es schade, dass wir gestorben sind. Aber kein... Steinbruch. Was ist das? Komisch. Ja, super. Nur wenn ich mich rechtzeitig gedrückt habe, darf ich jetzt klettern, oder was? Na, ihr seid ja freundlich. Das ist ja richtig sozial. Ewelich lange Kletterpassage, die eh kein Schwein braucht. Hoppa. Ja, was machst du denn da? Bist du... Ha, ha, ha. Kommt mal auf, wer was zu klauen. Das gibt's nicht. Ich bin echt genervt. Ich hab nix. Ihr dumm, spitzmäusigen... Mäusigen... irgendwas. Was auch immer das war. Ich möchte hier nur ganz schnell weg. Aber die Level werden immer länger und... Oh Gott. Merkt ihr was? Ach nee, zu dir will ich nicht. Zu dir aber irgendwie auch nicht. Ja, ist cool. Genau. Boah, Mann. Wenn sie mir nicht wenigstens das Lebenswichtige klauen würden. Und zwar meinen Mario. Denn ohne Mario kann die auch schon nicht überleben. Logischerweise. Ich habe immer Angst, dass ich hier drankomme. Da laufe ich einfach weiter. Ja, da lang. Ups. Diese Mäuse sind ja auch irgendwie nervig, ne? Zumindest so ein bisschen. Pflanze, spuck mich bitte wieder aus. Ja, genau. Dann spuckt sie mich aus. Und wenn er da so... ...dass ich mein... Mario auch einfach weg ist. Und ach... raus hier, weg hier. Raus hier, weg hier. So Leute. Wir machen hier einen Schnitt. Das war's. Die Mäuse, ich war's. Das war's.